Meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wo ihr mich jetzt gerade seht. Mal wieder ein kleines Update, lauter Bus, kleines Update zum Pop-Up-Store. Ja, hier geht's Schlag auf Schlag. Nein, natürlich, es müssen hier noch Dinge passieren und es sind tatsächlich Dinge passiert. Das Erste, was passiert ist, ist, ich habe endlich meinen Kühlschrank bekommen. Schaut's euch an. Seht ihr den da hinten? Oh, ob der natürlich hier dauerhaft da so steht, müssen wir mal gucken, aber guckt's euch an, ist das nicht schön? Mein Getränkekühlschrank von Fritz Cola. Das einzige Problem ist, ich habe jetzt noch keine Fritz Cola, beziehungsweise die ist alle, ich habe nur Fritz Limo. Ja, da muss ich natürlich nachbestellen, ja. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen Kühlschrank, das bedeutet, wenn ihr hier zum Spielen kommt, dann gibt's nicht nur Getränke, sondern auch kühle Getränke. Das ist ja wirklich eine ziemlich coole Nachricht. Punkt eins. Zweites Ding, es kommen ja jetzt bald die ersten größeren Events wieder. Ich habe ja jetzt diesen Dienstag etabliert, auch ganz nett, kommen jetzt schon ein, zwei Leute, können gerne weiter Leute kommen. Mein Sohn freut sich, wenn ihr mit ihm Lokana spielt. Aber am 23.02. ist ja das große Lokana-Event mit dem dritten Set. Und dazu gibt's jetzt eine große Neuigkeit, denn ihr könnt jetzt eure Sachen da auch vorbestellen. Ja, ist natürlich wichtig, ich habe ja nicht ewig viel Zeug da, ich meine, ich habe wieder so wie das letzte Mal, ich habe 24 Starter, 96 Booster, jetzt nicht die Welt, aber eben ein bisschen was haben wir da. Das war auch letztes Mal ausreichend für die Leute, die da waren. Aber wenn ihr hier anreist, wenn ihr jetzt einen längeren Anfahrtsweg habt oder so, dann wollt ihr ja sicher gehen, dass ihr auch Sachen habt. Deswegen könnt ihr jetzt vorbestellen und dafür gibt's eine neue Homepage. Und ich habe ja eine extra kleine Homepage gebastelt, jetzt auch, wo dann Infos vom Shop auch so statisch abzulesen sind. Neue URL, brettspiele-faltensee.de. Ziemlich einfach. Und hier habe ich's auch, ne, ich habe's hier jetzt auch schön hier geschrieben. Vorbestellung hier, ne, brettspiele-faltensee.de. Und ja, da könnt ihr jetzt draufgehen und ihr könnt euch jetzt schon euer Starter-Set und auch Booster fürs dritte Set vorbestellen. Natürlich nur Abholung hier, ne. Also das ist quasi die Idee, ihr bestellt es vor, weil ihr am 23.02. kommen wollt. Hier unser kleines Turnierchen spielen wollt. Ja, das machen wir so wie letztes Mal. Wer Lust hat, wir denken uns ein bisschen was ausgibt, dann auch keine offiziellen Regeln. Aber wir haben jetzt diese Webseite und ich kann's schon mal anteasern, am 8.03. ist ja dann Star Wars Unlimited. Star Wars Unlimited wird's definitiv sehr bald ein Video hier vom Kanal geben. Wir haben nämlich jetzt Rezensionsmuster bekommen. Das wird ziemlich interessant. Da gibt's bald ersten Content dazu. Und was echt ganz cool ist, der Alex hat so ein bisschen Feuer gefangen und der möchte das gerne hier bei mir im Laden anbieten. Eventuell auch wirklich in diesem offiziellen Organized Play, ja, loslegen, sodass ihr da quasi, wenn ihr hier spielen wollt, in Falkensee, da auch mit am Start sein könnt. Und ja, für den 8.03. gibt's dann auch bald die Vorbestellung unter dieser Webseite. Hab ich jetzt noch nicht gestartet. Gibt's dann nochmal extra die Info. So, ist mir schon wieder hier. Ist ganz schön laut. Ich geh mal wieder rein. Ja, das sind so die wichtigsten Infos. Neuer Kühlschrank und neue Webseite. Und ja, wahrscheinlich werde ich auf dieser Webseite auch ab und zu mal so Online-Versandaktionen machen. Aber das, was ihr jetzt seht, das ist wirklich nur vor Ort. Ja, genau. Stichwort Locana. Erstens, wenn ihr kommt, ich habe jetzt tatsächlich auch wieder Booster da vom ersten und zweiten Kapitel. Sind nachgeliefert worden. Also, wenn ihr am Dienstag zum Spielen kommt, könnt ihr sogar ein paar Booster noch einpacken vom ersten und zweiten Kapitel. Und wichtig ist, der 27.2. Dienstag fällt leider aus. Da kann mein Sohn leider nicht hier sein. Deswegen gibt's da kein freies Locana-Spielen. Aber das findet ihr dann auch immer alles auf der Homepage, auf dem WhatsApp-Kanal. Ja, ich hoffe, alle bleiben gut informiert. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns am 23. zum Locana-Release-Event. Das wird sicherlich ganz cool werden. Und ansonsten sage ich Tschüss, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.